Herzlich Willkommen bei NORMFEST RDKS Reifendruckkontrollsystem Auch bekannt unter dem englischen Namen TPMS für Tire Pressure Monitoring System Bei einem direkten Reifendruckkontrollsystem verfügt das Fahrzeug über vier verschiedene Drucksensoren, jeweils ein Sensor pro Rad Diese Sensoren sind kodiert und stehen im ständigen Funkkontakt mit dem Fahrzeugsteuergerät Kommt es zu einem Druckverlust in einem der Reifen, so erscheint dieser Warnhinweis im Fahrzeugdisplay Die genaue Position des undichten Reifens wird in dem Display angezeigt Ab dem 1. November 2014 müssen Neufahrzeuge laut Gesetz mit einem Reifendruckkontrollsystem ausgestattet sein Ein Reifendruckkontrollsystem soll durch Sicherstellung des richtigen Reifendrucks Unfälle verhindern und den CO2-Ausstoß reduzieren Zur Diagnose des RDKS Systems bieten wir das TEXA TPS als Standardlösung an Zunächst muss der genaue Fahrzeugtyp über das Display am TPS-Gerät ausgewählt werden Danach kann der Betriebszustand jedes einzelnen Sensors abgefragt werden Hierbei bekommt man Informationen über die Sensor-ID, Luftdruck, Temperatur und gegebenenfalls Rotation und Batteriezustand des Sensors Sollte ein Sensor defekt sein oder ein zusätzlicher Sensor benötigt werden, zum Beispiel für ein Winterrad Sollte ein Sensor defekt sein oder ein zusätzlicher Sensor benötigt werden, zum Beispiel für ein Winterrad Den aktuellen Sensor mit dem TPS-Gerät auslesen, kopieren und klonen Die ausgelesene Sensor-Identifikationsnummer kann man nun über das TPS-Gerät auf den universal programmierbaren Druckluftsensor schreiben Somit ist der Universalsensor einsatzbereit Mit dem TEXA Axone S TPS bieten wir eine Plus-Lösung nicht nur für die Reifendruckkontrolle Das Axone S TPS ist ein Multimarkendiagnosegerät mit RDKS-Erweiterung für das Lesen, Kopieren und Programmieren von RDKS-Sensoren Durch den zusätzlichen OBD-Adapter kann eine Verbindung zum Steuergerät hergestellt werden, um zum Beispiel die hinterlegten Luftdruckwerte neu zu programmieren Es können nicht nur RDKS-relevante Fehler und Parameter bearbeitet werden, sondern durch die erhaltene Diagnose-Software können weitere Servicearbeiten durchgeführt werden Dieses betrifft die Bereiche Fahrwerk, Bremsen, Lenkung, Bordinstrumente, Batterie und Beleuchtung Darüber hinaus können auch Wartungsmeldungen bestätigt und zurückgesetzt werden Optional besteht die Möglichkeit aus dem TEXA Axone S TPS durch ein Service-Erweiterung ein vollständiges PKW-Diagnosegerät zu erhalten Mit den TEXA Lösungen für RDKS-Systeme bieten wir unseren Kunden alles für eine erfolgreiche Arbeit im Bereich der Reifendruckkontrolle Die ständige Aktualität wird durch die Möglichkeit regelmäßiger Updates gewährleistet Weitere Informationen zu dem TEXA TPS und dem TEXA Axone S TPS